Ich heiße Gisela Hutschenreuter, ich bin ein Mannsfellermägen, ich schreibe Geschichten und Gedichte in meiner heimatlichen Muttersprache und habe jetzt zur Weihnachtszeit auch ein kleines Büchlein darüber veröffentlicht. Ich möchte Ihnen hieraus einige Sachen vorlesen. Vorfreite Balle kämmet nur Advent, die Nächte sind recht kiele, wenn's ja auf Weihnachten zu rennen, haue ich viel Trasch und Gewiele. Was schleppt mir da vor Fressen ran vor die Feiertage? Jens, so steun, Marzeban, da stört mich keine Ware. Die Bude stellt mir auf den Kopf, bestämtliche Jardinen, Scheiben glänzten Suppentopp, es fläßt ja als Sembin. Die Geschenke wird sei Dank die Brache nicht mehr gaben, schon seit den Sommermonatelang bin ich danach geladen. Balle ist es nur so weit, dass ich die Bude schmücke, dann kämpfe mich die schönste Zeit im vorweihnachtlichen Klicke. Balle ist es nur so weit, dass ich das meine Spannende habe.